Ich mag den Begriff künstliche Intelligenz gar nicht, weil er sozusagen Erwartungen weckt, die die Technologie ja nicht erfüllt, jedenfalls heute noch nicht. Der Begriff kommt ja aus dem Workshop 1956, so amerikanische Artificial Intelligence, das ist sogar noch ein bisschen anders als künstliche Intelligenz sozusagen im Prinzip auf Deutsch. Aber um eine Definition zu bringen, für mich ist ja künstliche Intelligenz die Möglichkeit, dass Maschinen quasi Dinge tun können, die sonst nur Menschen vorbehalten waren. Das so als eine ganz allgemeine Definition.